Tag! Willkommen zurück zu Valorant. Ich bin gerade noch am Streamen. Jeder der das auf YouTube sieht. Mein Greenscreen funktioniert jetzt ordentlich. So ein bisschen gegrisselt sehe ich da noch. Aber ich habe so einen geilen Baustrahler jetzt hier unten. Man sieht so ein bisschen, wenn mein Arm so hell wird. Geilen Baustrahler, dass der schön beleuchtet wird. Auf jeden Fall funktioniert es jetzt. Ich sehe nur im Stream so auf Full-Build. Da muss ich noch ein bisschen nachstellen, aber es funktioniert. Da! Da! random hyäne anwesend ja scheiß mal auf die mitte platziere den spike in peck bereit keiner da dann platziert ich habe ihn ja gar nicht gesehen aber er mich auch nicht team sollen sie versuchen mich zu überwältigen team aus jeder genau ein und auch kaum fähigkeiten welt mann als jemand weiß wie die punkte hier vergeben werden hier mit mvp und alles mögliche mal in die kommentare schreiben ich habe nämlich keine ahnung rauch ist raus allein ist ein bisschen dämlich mit der pistole schon wieder in der mitte ballern wieder richtig rum doch doch locker wieder einer oben oder ich wusste es ich habe sie gar nicht gesehen die hockt jedes mal da hinten in der ecke noch mal in den kampf ich bin nicht müde hier etwa nee so rum da da soll mal probieren c c c c c Ja, Kollege, hol dir halt mal eine ordentliche Leitung. Hauptsache, der letzte in Team hat die beste Leitung. Oh, shit. Oh, shit. Oh, Gott. Kennt ihr das, wenn es so übel juckt? Aber du kannst dann gerade nicht... Die erwartet ein böses Erwachen. Ah, das war gerade ganz schlimm. Gibt alles. Okay, ich gehe wieder. Ende und aus. Ha, ich bin doch noch da. Ich heile dich. Idiot. Spike platziert. Gegner dem... Widersacher beseitigt. Letzter lebender Verbündeter. Shit. Fuck, ich hätte nach rechts werfen sollen. Komm schon. Boah. Fuck. Rainer, ich nehme eine Seite, du die andere. In fünf Sekunden sind sie tot. Hier. Wir haben erst eine Runde geholt. Gehe zu C. Kacke. Das Loch noch von vorhin. Bleiben die Löcher unten über? Nein, bleiben sie nicht. Rauch im Anmarsch. Rauch ist raus. Molly. Nehme ihnen die Sicht. Ist da überhaupt jemand? Ist den Peck bereit. Rauch ist raus. Vorsichtig. Oh. Gegner bald sehgesichtet. Keine Hubs. Jetzt wird's heiß. Du wirst doch nicht fertig. Bin doch nicht damit. Also ob sie mich einfach weg macht. Oh, ich hab ihn nur zweimal in die Beine geschossen. Scheiße. Letzter Leben der Verbündeter. Die Rainer fickt uns ja richtig. Ja, die haben wir doch einfach entschärft, ne? Hoppala. Macht euch bereit. Wir kämpfen auf ein neues. Wie sieht's mit B aus? B. B. B ist doch schön. Wir müssen das Blatt wenden, Leute. Aber hallo. Eingeräuchert. Gegner bei Beges. Lade. Vorsichtig. Lass den Himmel leuchten. Okay, das war ja saugut. Oh, von hinten. Spine in Mitte. Hat die uns von hinten so mitgemacht? Das war schon mal gut. Oh, das war sehr gut. Verdammt, das war beeindruckend. Viva Mexico. Das war echt beeindruckend. Ja, die schwere Rüstung ist halt... Ist halt live, ne? Ah, hinten willst du hin. Wo will sie denn hin? Lade nach. Auf geht's. 23 Uhr. Ausgeräuchert. Genau, lass mal leise gehen. Heimlich. Server, cross. Geh mit dir. Unser Reichträger ist tot. Spike in C. Ich erledige das. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Spike platziert. Ja, hier so. Er guckt noch da, ich guck noch da. Sie läuft da rum. Jetzt bin ich noch da nicht mehr abgesichert. Nehme ihm die Sicht. Gegner bei Ageltlenker. Vorsichtig. Okay, der hat mich richtig aus dem Leben gelasert. Ein Gegner übrig. Aber... Das war gut. Das war gut. Ich bin mit... Fünf Kills. Alles klar. A, wie sieht's aus? A, komm. A. A war gerade eben auch gut. Echt? Der spürt das nur oben drauf. Oh, ne. Geh zu B. Warum? Warum, Jungs? A ist doch viel besser. Gegner bei C gesichtet. Ja, guck mal. Jetzt weiß es aber. Einfach mal auf A-Bang glaschieren. Hab dich. Meine Fresse he. Dass ich ihn nicht gekippt kriege. Ein Gegner übrig. Das war gut. Ja, aber... Ne, so macht man das. Bleibt bei meinem Stimpack. Dann machen wir sie platt. So. Das ist schön, dass man hier verkaufen kann. Das ist schon geil. Könnte aber auch wieder jemanden umbringen. Also. Im Spiel. Übernimmt die Kontrolle. Okay, das sieht ja nur Kacke aus. Das geht ja ins Nichts. Eingereichert. Viele Gegner bei B. Lade nach. Echt nicht. Ich heile dich. Oh. Kommt schon. Oh. 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 Verfluchte Scheiße. Bereite Portal vor. Ich habe heute den Spike nicht. Hab den Spike. Hier. Ja, ich bin dran. Letzter Leben der Verbündeter. In dem Moment kamen sie rein. Bereite Portal vor. Ein Gegner übrig. Das war gut. Ich habe den Spike. Scheiße, ey. Die haben aber auch auf uns gewartet. Alle tief durchatmen. Eure Herzen schlagen wie wild. Boah. Das ist auch übel hässlich. Okay. C. C klingt gut. Wir siegen. Wir überleben. Warum kribbelt das jetzt? Rauch im Anmarsch. Zeige. Gegner bei C gesichtet. Neu. Hier. Vorsicht. Nehme ihnen die Sicht. Vorsichtig. Stimpeck hier. Das mit dem Küsseln gucke ich gleich. Im Runden Ende. Ja, auf den Mahlmarsch. Du bist der Lady. Oh, ich habe schon wieder auf die Karte geguckt. Bist du da? Meine Ulti. Wieso? Letzter neben der Verbündeter. Ein Gegner übrig. Wieso ist das jetzt so? Gemeinsam werden wir sie unter ihren Vergehen begraben. Ne, er will einfach nicht. Er hat keinen Bock. Äh, ja. Mehr Licht von vorne. Ne, jetzt auch wieder mehr Schatten. Mehr Licht von hinten. Meine Ulti ist bereit. Unterwegs. Boah, das kotzt mich schon. Das kotzt mich schon. Boah. Das kotzt mich schon. Ich bin gerade leiser gemacht. Sorry. Gott muss kurz sein. Letzter Leben der Verbündeter. Ein Gegner übrig. Warum? Letzte Runde vor dem Wechsel. Gebt euer Geld jetzt aus. In der Hölle gibt es keine Banken. Es grisselt immer noch. Es tut mir leid. Ist jetzt schlecht. Das grisselt einfach brutal. Warum? Also manchmal die Technik und so, ne? Jungs und Mädels. Vorsicht! Komm schon, los! Hier ist einfach niemand. Was ist das hier? Natürlich von hinten. Ich habe echt leiser gemacht. Letzter Leben der Verbündeter. Es tut mir ja auch leid. War das Rollen so gut? Seitenwechsel. Zeit zum wieder auffüllen. Brauche Ausrüstung. Tja. Tja. Das grisselt dann halt jetzt ein bisschen. Ich kann es leider nicht ändern. Es tut mir leid. Das nervt mich gerade richtig. War mitten im Game. Ich weiß nicht warum. Ich sollte aufhören zu laufen, während ich schieße. Spike platziert. Jetzt wird es wild. Es funktioniert einfach nicht. Warum? Gegner am Boden. Halt still. Gegner mein Sehgesichter. Letzter Leben der Verbündeter. Rauch ist raus. Ich weiß nicht warum. Es kotzt mich an. Meine Stadt braucht mich. Ich darf nicht lange fortbleiben. Beenden wir das schnell. Es kotzt mich mega an. Ich glaube, das merkt man. Aaaaaaah. Jetzt bin ich wirklich klar. Ich sehe es ja direkt hier auf dem Bildschirm. Es sieht einfach mega kacke aus. Ganz schlimm. Das ist jetzt schlecht. Ich habe zu langsam auf die 4 gedrückt. Ich strahle heller als all ihre Radiance zusammen. Dann nicht. Dann nicht. Schwere Rüstung bitte. Ich muss mich jetzt mal wieder aufs Spiel konzentrieren. Und nicht hier nur... Technische Probleme beheben. So sind wir jetzt alle bei B. Irgendwie ich muss mal wieder... Ich komme wieder. Spike platziert. Oh fuck. Ich sehe mal, wenn du rausflächen willst, ne? Und dann kommt da einer. Jedes Mal. Schade. Warum verkacken wir jetzt so? Ich verkack auch. Das ist nicht gut. Kann mir das jemand kaufen? Äh, nein. Leider nicht. Danke sehr. Ich bin schneller. Gemeinsam. Die haben die schon mal aufgeballert. Der rennt einfach wieder richtig laut. Gezielt getroffen. Gegner bei zäh gesichtet. Blendurch. Zwischen die Augen. Vorsichtig. Komm schon. Geh weg. Oh shit. Spike platziert. Andere Seite, Bruder. Ein Gegner. Letzter lebender Verbündeter. Komm schon, mach ihn weg. Du weißt, wo er ist. Oder auch nicht. Dann halt nicht. Bereit für eine kleine Lichtshow. Das reicht genau. Diesmal keinen fiesen Wurf. Wieder B rein. Hier runter. Das war eigentlich ganz laut hier. Chill einfach hier. Eher von links oder eher von rechts. Ich weiß es doch nicht. Eher von rechts. Lass den Himmel leuchten. Er hat auch einfach Bock, ne? Gegner bei zäh gesichtet. Ah, 130 nur. Ah, ich muss mir gleich mal ein anderes fahren. So ein schöner Punkt oder so ein Kreuz oder sowas. Genau sowas brauche ich. Spike platziert. Der Greenskill wird doch einfach nur schlimmer. Das ist ja richtig anstrengend. Schade. Ihr MVP gehört mir. Hauen wir rein, Leute. Brauche Beute. Ja, ist klar. Als ob ich 3000 übrig hätte. Oh, die gehen nie ab. Sorry. Bull ist auf jeden Fall ready. Barriere erschaffen. Vorsichtig. Das war da noch gar keiner. Das war da noch gar keiner. Das war da noch gar keiner. Jet am Boden. Spike platziert. Letzter lebender Verbündeter. Das ist jetzt schlecht. Als ob die wusste, woher ich komme. Jetzt wird es heiß. Das war da noch gar keine Zeit für Pausen. Ich gebe noch Arbeit. Jetzt waren sie A, ne? Jetzt. Nee. Kommt bestimmt überlang. Das Griseln wird auch schlimmer, oder? Okay, weg hier. Warum nicht? Da sterbe ich nur wieder. Die Jakt beginnt. Stimmt, hängt er rein. Spike im Angreifersport. Lade nach. Ein Wecker übrig. Letzter lebender Verbündeter. End auf. Fuck. Angreifer gewinnen. Direkt reporten. Easy mit. So ein Wichser. Ja, scheiße gelaufen, ne? Man muss auch mit Niederlagen im Leben klarkommen. Freut mich trotzdem fürs Einschalten, äh... Dass ihr eingeschaltet habt. Ähm... Bis zur nächsten Runde von Valorant. Ciao. Tschüss. Scotts pucketashkirtual. Untertitelung des ZDF für funk, 2017